Jesus spricht. Wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen. Denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Er hat den Schritt vom Tod.